Willkommen bei TLB Industries. Ich möchte euch im heutigen Video meinen neuesten Schüttgutbunker mit zugehörigen Vertikalförderern und dann gucken wir uns jetzt den Schüttgutbunker an. Ich schalte dazu mal auf meine Kamera um. Wir haben nämlich hier, ich glaube der Markenname ist Extromat, das heißt man sieht hier unten ein großes Zahnrad, das von diesen zwei Getriebemotoren angetrieben wird und das Zahnrad hat einen Durchtrieb nach innen hinein und ihr seht hier weiß dieses umlaufende Messer. Jetzt schalten wir die Schnecke an und jetzt geben wir mal ein bisschen Schüttgut dazu und dann könnt ihr sehen, hier die Schnecke, das Schüttgut, zentral in den Bereich, wo der Vertikalförderreich reinbrückt.